Musik 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 Jo, willkommen zurück beim Goldpriester. Heute schauen wir uns den zweiten Teil an zu Rückblick auf seltene und alte Benefit-Trailer von 2002 bis 2010. So hat alles angefangen. Dieses Video ist wirklich nur für die absolute Benefit-Elite gedacht. Wer nicht dazu gehört, schaut sich das Video lieber nicht an. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen haben soll, die ich für Link erstellen mal in der Beschreibung. Im Prinzip geht es darum nochmal alle offiziellen Videos Revue passieren zu lassen. Wie ist das eigentlich damals so abgelaufen? Das sind halt nur offizielle Trailer zu sehen. Die kommen aus Zeitschriften, Webseiten oder kommen halt direkt aus der DVD-Höhle. Heute schauen wir uns Benefit 1943 und das sehr beliebte Bad Company 2 an. Benefit 1943 hat diesmal EA Digital Illusion CE auf der Frostbite Engine 1.5 entwickelt und hier gibt es aber diesmal eine kleine Besonderheit. Und zwar ist diesmal nicht wie es sonst immer der Fall war, eine PC-Version verfügbar, sondern diesmal ist das Spiel nur für die Xbox 360, PS3 und für die Xbox One verfügbar. Dann gab es noch eine weitere Besonderheit und zwar Korallensee wurde erst durch eine Community-Challenge mit 43 Millionen Kills freigeschaltet. Guadal-Kanal scheint wohl eine zusätzliche Map gewesen zu sein. Okay, jetzt viel Spaß mit den Trailern. Ich melde mich dann zu Benefit Bad Company 2 wieder zurück. Ich bin einigen, Monat. Ich bin einigen, Monat. Ich bin einigen, und ich bin einigen. Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier sieht man nochmals eine deutliche Steigerung als gegenüber zu Bad Company 1. Vom Bauchgefühl her würde ich sagen, dass hier nochmals die Marketing- und Programmierkosten sich mindestens verdoppelt haben. Das Ganze beginnt mit einem Trailer, der einen kurzen Ausblick zeigt und endet dann mit den offiziellen Bad Company 2 Vietnam-Trailer. Wundert euch nicht, bei einigen Stellen musste ich leider die Soundspur austauschen. Schreibt mal, welche Trailer euch am besten gefallen haben. Interessant fand ich das Celebrity-Tournament und die beiden Trailer vom Anfang. Die haben mir am besten gefallen. Da haben wir bedenkt, dass das Ganze jetzt fast schon etwa 10 Jahre alt ist. Die Trailer, die gleich kommen, sind allemal besser als die aktuellen Battlefield 5-Trailer. Da kann man nochmal sehr gut erkennen, was aktuell alles falsch gemacht wird. Okay, jetzt viel Spaß mit den Schwellern. Das Ganze beginnt mit dem 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 Schwellern. Wir sind auf der Stelle. Wir werden auf der Fremde. Die Fremde ist auf der Fremde. Wir sind auf meiner Team. Ja, genau. Auf der Fremde! Wir arbeiten auf der Fremde. Komm schon! Geh hier! Los geht's! Passchol, passchol! Schau! Die sind weg! Schau! Die sind weg! Schau! Lass uns! Danke! Ich bin bereit! Verdammt! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Flashes inbound in 3, 2, 1. Diff fire! Veroem, veroem! Приближаются противники! Ja! 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 Oh, wait! We gotta make a stand right here! Goddammit! We need some support up here now! It's our... Slide them up! I'm not a messin'. I'm not a messin'. Bustin' we would be an intrusive zero. I don't know how to run. Go! 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 This is Wolverine 5. Circling the area. I'm on standby for target coordinates. Confirming fire mission. Shells inbound. 5-strike squad, we're local. Prepare for engagement. Everyone keep your eyes peeled. There's a sniper in the area. Wir sind in der Red Zone. Die Objektiv sind los. Retreat! Er ist jetzt! Wir müssen auf den Toppen auf das Ding. Wir sind auf der Flucht. MEDIC! MEDIC! Get out now! It looks like it's gonna go out! This is Zero Six, closing in from two miles. We'll be right back. Der Kaffee ist auf der Kaffee. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 querID ancient ZDF, 2020 100% untertitelung des ZDF, 2020 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 So remember, everybody, keep Objective has been secured Objective has been secured Undertitelung des ZDF, 2020 I have a vigil from an enemy's sniper decirte las directors And out, either Undertitelung des ZDF, 2020 Está realizando We're going to be right here! We've lost close objectives! Coordination in the deep shadow place. We're going to be sure to send that guy. We're going to be here! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020